Moin, Leute, und willkommen zurück zu Labyrinthine zusammen mit der lieben Marina. Hi! Ja, in der letzten Folge waren wir hier bei der Spinne. Ich wurde ja gekillt und laufe jetzt quasi bei Marina mit. Ja, und wir versuchen mal, ob wir hier durchkommen irgendwie, ne? Genau, das war der Anfang bei mir auch da links. Ja, das hier? Ja, Sonnturm hatte ich auch. Außer, dass halt bei mir natürlich keine Knicklichter lagen, ne? Ach so, ja. Also muss das quasi derselbe Bereich sein, nur vielleicht ist das gespiegelt oder so? Weil guck mal hier, ich hab nämlich dieses Tor hier gehabt. Und wenn man das lang genug dreht, dann kannst du da einmal rüber. Aber das bringt gar nichts, weil du kannst ja einmal rechts um die Ecke gehen, dann bist du dann auch da. Ach so. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, okay, ja, da hab ich gar nicht drauf geachtet, auf solche Dinger. Ich hab mir aber jetzt, ich glaub, wenn ich jetzt hier rosa wieder folge, müsste ich zu diesem Tempel kommen, den ich dir zeigen wollte. Ah, alles klar. Ja, nee, sowas hatte ich bei mir gar nicht. Hä, ich hab hier irgendwas, konnte ich grad aufnehmen. Hä? Okay. Auf jeden Fall, das ist dieser Dings-Tempel hier. Mhm. Mit Blut durchdrängt, aber sonst ist hier, glaub ich, nichts. Ich hab hier einen Schädel gefunden. Ich hab hier auch einen gefunden. Da müssten wir jetzt zwei haben, ne? Ja, aber... Aber unsere Mission, Jo entfinden. Ja. Ja, Jo entfinden. Vielleicht ist sie einer dieser Leichen da. Mhm. Auf jeden Fall, das sieht hier ziemlich cool aus, aber... Mhm. Aber aus der Gänge war jetzt hier nix weiter, oder? Nee, ich hab geguckt, und außer den einen Schädel gab's hier nix mehr. Außer... Nein! Die geht hier rein, shit! Da vorne rechts ist ne Tür. Ohne rechts? Ja, da, geradezu. Langsam, bitte, langsam. Boah! Oh, war das knapp. Ich hab gedacht, die geht in diesen Tempel nicht rein, aber doch geht sie. Hm. Geh weg. Ach du Scheiße, ey. Boah, ist das eh widerlich. Mein Gott, ich will... Ich will... Hier ist aber auch nichts, ne? Nee. Mein Gott, die Joanne, die kann sich ja auch ein bisschen bemühen, oder? Mhm. Die kann uns ja auch suchen. Ja, bin ich auch dafür. Da oben ist irgendwas. Ja, das ist... Äh, okay. Mhm. Vielleicht, wenn du auf der Spinne reitest, dann kommst du da nach oben hin, aber sonst... So, dann mach ich erst mal einen... Einen Weg zum Safe Place. Mhm. Okay, ja, warst du hier in dem... Ja, links warst du ja auch schon. Ja. Vielleicht mal rechts weitergehen, oder so? Hab ich auch grad überlegt. Aber... Ja, oben ist irgendwas, oben links. Aber ich seh auch nicht... Das ist auch so ne... Ja, das ist auch so ne rollige Sackgasse. Das könnte hier mein... Mein... Mein Safe. Warte mal, das ist auch wieder so ein Turm. Sicher, dass man da oben nicht hinkommt? Weil... Ich glaub nicht, ne? Oder? Ah, nee, das ist irgendwas anderes. Ist das mein Turm hier? Da ist irgendeine Statue links. An so einer Statue bin ich auf jeden Fall rausgekommen. Auch so mit so Kerzen, so einem Turm, ja genau, Statue, ja. Naja, aber... Irgend so ein Safe Place vielleicht, ne? Naja, ich glaub nicht. Nee, wirklich ja nichts. Nee, das hab ich auch so empfunden. Das kannst du höchstens da um die Ecke gucken, ob da was ist. Ich brauch jetzt langsam mal wieder... Irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Mhm. Das ist wieder der Tempel. Ja, und da sind wieder meine blauen Stickies. Mhm. Okay, warte. Dann geh ich mal hier lang. Hier ist ne ziemlich... Große Feuerstrahne. Ja, ist wieder so ein Rad. Hier ist wieder so ein Rad, ja, aber das bringt mir, wie gesagt, nicht so viel. Ja, ist noch was. Ja, ist noch was. Ja, aber ich brauch erstmal ein Safe Place. Warte. Obwohl, die Gegenstände haben wir ja, ne? Selbst wenn wir sterben, ich glaub, die behalten wir. Oh, das ist noch ein Zettel. Oh, die machen so Geräusche, diese Teile. Mhm. Herschel und John sind vor einer Stunde in den Tempel gegangen, um nachzusehen. Und das nächste, was wir wissen, ist, dass ein furchtbarer Schrei von der Decke kommt. Wir können hier nichts sehen. Und jetzt sind die Männer völlig durchgerät. Was denn toll, wie ist hier los? So war das bei mir auch. Schön Zettel gelesen und dann tschüss, Alter. Du magst heute pausieren, bin ich der Meinung, während man Zettel liest. Und irgendwie läuft es auch so mit 2 kmh. Nein. Ich mach schon mal die Augen zu. Boah, war das laut. Ja, das war vor allen Dingen laut, ja. Ja, sorry. Alles gut. Dann sind wir wie sonst wieder vereint. Und die Duellen, keine Ahnung. Alle Spiele sind tot, ja. Tschüss. Ja, wirklich. Aber die haben den Rechtschreibfehler immer noch nicht korrigiert. Nee. Hi. Ja, hi. Das ist immer fort, ne? Aber wir haben die Gegenstände jetzt nicht mehr, ne? Oder doch? Ich weiß immer nicht, wie das... Checkpoint gesteckt. Ja, danke schön. Ich möchte umdrehen. Ich möchte hier nicht mehr hin. Kann ich, wenn ich hier stehe und du aktivierst die Joanne, redet sie mit dir gerade? Nee. Alle Spiele müssen hier sein, steht da bei mir. Okay, warte, warte. Ich geh mal hier hinter die... Jetzt? Mm-mm. Jetzt? Nee. Nee. Oh Mann. Ich will da nicht drauf. Jetzt. Jetzt. Nein! Naja, das ist schon extra so gemacht, dass man dem nicht entwischen kann. Ach, wirklich? Ich geh mal hier in die Ecke. Eigentlich dürfte ich noch, weil ich auf diesen Dings noch drauf bin. What the hell is that? Mm-mm. Get out of here. The doors need to be sealed. If it gets out, we'll all be killed. Ach, jetzt bin ich auch in so einer Statue. Jetzt weiß ich, was du meinst. Mm-mm. Ja, ich bin auch an so einer Statue rausgekommen wieder. Guck mal, wären wir zu viert, dann würde man uns wahrscheinlich schneller finden, uns gegenseitig irgendwie schmückt. Ganz sicher. Ja. Ich fange mit grünen Stickies. Und suche nach einem Safe Room. Aber ich glaube, da war doch nicht da rechts was gewesen. Du Scheißteil. Das backt hier richtig rum. 5.000 Mal übersteigt. Ach so, das ist das mit der... Mit der Wand, was du meintest. Ja. Dann bist du dir vielleicht irgendwo in der Nähe, aber ich hab grad diese blöde Spinne bei mir. Mm-mm. Aber die despaunt dann einfach auch, kann das sein? Das kann gut sein, ja. Also ich hab grad den Pfad der grünen Stickies ausgelegt. So, und jetzt mach ich rot. Es dauert ja gefühlt ewig mit der Wand, Alter. Die Spinne kommt. Und du musst dich so hinstellen, dass du die Wand siehst. Ansonsten hast du keine Chance. Ja, es hat schon mal nicht geklappt, gerade. Jetzt kommt auch die Spinne, toll. Warum hab ich denn hier 5.000 Zwischenräume und vorher keine einzigen? Ich glaub, bei mir war's das schon gleich wieder. Alter, wie schnell geht die denn wieder hoch, Mann? Ja, und das kann man ja gar nicht schaffen, Alter. So schnell kann ich da gar nicht hinlaufen. Hä, warum hab ich jetzt hier 5.000 Zwischenräume? Ich hab so viele Safe Places, hab ich hier noch nie gehabt. Jede zwei Meter irgendein Zwischenraum. Oder Zwischengang eher. Oh, ich hab da auch ne Mauer, glaub ich. Oh, shit, shit, shit. Spinni ist wieder da. Ich bin jetzt bei dem Tempel. Okay, du bist bei dem Tempel. Dann weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich zu dir komme. Genau, geh den Knicklichen entlang. Bin jetzt gerade am überlegen, ob das jetzt Weißwörser ist, dass du jetzt quasi in dem Bereich bist, wo ich vorher war, und ich jetzt in deinem. Schon, ja. Wenn du ganz viele Zwischengänge gehabt hast, dann ist das dein Bereich. Na, ich bin bei der Statue, die wir jetzt eben zuletzt beide zusammengesehen haben, da bin ich rausgekommen. Bei der. Und dann ... Oh, ich hab grad noch die Spinne bei mir. Und da hab ich die Wand einmal runtergekurbelt. Ja. Aber das bringt einem ja nix, weil man eigentlich ja nur im Kreis geht. Und dann bin ich links abgebogen bei dem Gang. Und da ist direkt dieser Tempel. Ich hab hier was zum Lesen. Puh, beinahe hätte ich Hörschlein eine Todesfalle verloren. Der Boden gab unter ihm nach und ich konnte ihn festhalten, bevor er auf die Stacheln darunter aufschlug. Ja, die hatte ich auch, die Falle. Ach so. Die Falle oder den Zettel? Nee, die Falle. Den Zettel nicht. Da musst du ... Da bist du ... Da musst du echt aufpassen. Ich seh doch gar nichts. Das sieht man vorher auch eigentlich ganz, ganz schlecht. Manchmal liegen da so ne blutigen Schädel. Ach so, okay, ja. Und da waren aber immer so ne Fallen, da kommt so ne Keule runter und schwingt so. Äh. Und die Falle mit dem ... Ah ja, ich seh die blutigen Schädel. Ja, da kommt so ne Keule runter. Okay, gut. Dann geh ich da mal außen runter. Da kannst du ganz am Rand gehen, da kommt man eigentlich denn durch. So hab ich das zumindestens gemacht. Also beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal. Warte, du bist an einer Mauer, ne? Richtig? Ja, ich bin jetzt in so einem Safe-Gang quasi. Ach so. Hä, ich hab hier die ganze Zeit nur Gänge. Ganz viele Zwischengänge. Ein Paradies von Zwischengängen. Ich weiß, ich hab gar nicht so viele Stickys, so viele Zwischengänge hab ich hier. Ich spür mir jetzt ... Ja, dann muss ich da wahrscheinlich lang gehen. Dann mach ich mal rosa. Ich hab ja ... Na gut. Du meinst an der Mauer, ne? Mhm. Das macht dann einmal so ein ganz komisches Geräusch und dann ... Ja. Und shit, die Spinne! Aber vielleicht fällt sie hier rein. Warte. Komm, Spinni, komm. Fall hier rein, fall hier rein, fall hier rein, fall hier rein. Fall hier rein. Wo bist du denn? Mann, die Falle ist grad offen. Wo bist du? Ja, fall rein. Ne, die nimmt den Mittelgang, glaub ich. Nein, die geht drüber. Ja. So, hier war jetzt der andere Ausgang vom Tempel. Aber ich denk mal auch, dass die Fallen vielleicht gemacht sind für die Spinne. Achso. Also, weshalb die so riesig sind, mein ich. Ah. Tja, hier ist wieder Sackgasse. Ich seh eine Schnur hängen zwischen zwei Wänden. Die hast du ... Ah, da könnte ... Da könnte die, äh, die Klappfalle sein, wo der Boden nach unten ausgeht. Auf geht. Ne, die Klappfalle hab ich jetzt grad gehabt. Achso, die hattest du grade. Ja, genau. Ja, dann kommt da die Keule. Das könnte vielleicht sein. Also, ich hatte insgesamt drei Fallen. Einmal diese Klappfalle, die nach unten aufgeht. Genau, ja. Und zweimal so eine Keule, die von oben so runtergeschwungen kommt. So ein Holz ist das quasi mit so Pikern dran. Und da kann man wirklich nicht die Spinne reinlocken? Das hab ich nicht versucht. Ich hatte die da denn immer nicht, die Spinne. Bei dem Tempel, hattest du da alles erkundet, oder ... Ich glaube schon, aber du kannst mal gucken. Ich glaub, das sind nur vier Gänge, die halt ... Also, zwei lange Gänge, die mit einem Zwischengang ... Ah, ja, ja, okay. Ne, dann brauch ich da ja nicht reingehen. Guck mal, ob der Schädel da liegt im Zwischengang. Oder ob ... Also, das würde mich interessieren, ob wir die neu einsammeln müssen. Mhm. Oh, das sieht hier alles sehr gleich aus. Ich hab jetzt ... Okay. Schon wieder inzwischen ... Nein. 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 Oh, ich bin jetzt in einem Raum, da hängen ganz viele Leichen. Oder ... So Skelette. Von oben. Okay. Also nicht Raum, sondern so zwischen zwei Mauern hängen die Skelette. Vielleicht ist das auch eine Falle. Tja. Du hän, bist du's? Nee, ernsthaft. Nee, sind nur Skelette. So schnell geht's noch nicht. Mit der Verwesung. Oh nee, diese blöde, verdammte Spinne kommt wieder. Renn, renn um dein Leben. Renn. So. Boah, die braucht echt so Schalldämpfer unter den ... Und diesen ... Wie heißen die eigentlich? Beine? Ja, Beine, ne? Ja, Beinchen, ne? Also ich glaub, ich bin jetzt hier wieder an der Stelle, wo du den einen Schädel gefunden hast und den Zettel und die sind weg, die Sachen. Okay, sehr gut. Das heißt, wir müssen die nicht ... Also zwar den, den wir zum Schluss zusammengefunden haben, den einen Schädel. Madame Spinne will grad nicht weggehen. Das nervt. Oh, jetzt ist die schon wieder da. Geh mal weg. Geh mal zu Buggy. Lästig. Das hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Okay, da ... War ich schon? Guck mal grad hier. Ich glaub ... Nee, doch nicht. Ich weiß es nicht. Oh shit, die kommt schon wieder. Oh nein, die kommt schon wieder. Das krieg ich nicht mehr hin. Ich werde sterben. Scheiße. Oder auch nicht. Vielleicht überlebe ich. Yes. Ich lebe. Was sind das immer für komische Geräusche? Immer so ein ... Also ich hör nur ganz halt so ... Im Hintergrund. Ach so, die Spinne kommt. Ja, dann ist sie in der Nähe. Die war nämlich grad eben bei mir weg. Ach so. Dann bist du in der Nähe, Buggy. Nee, ich hör ganz einfach nur diesen Chor im Hintergrund. Diesen Kirschenchor. Oh. 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 Den höre ich gar nicht. Tatsächlich. Buggy, wo bist du? Ja, da hängen schon wieder Leichen. Meine Herren, ich verstehe es nicht. Das sieht ja alles so gleich aus. Tja, wo gehe ich jetzt lang? Das ist jetzt eine gute Frage. Ach ja, wenn wir ein Safe Place gefunden haben, wollen wir dann die Folge beenden? Ich glaube, es ist schon wieder soweit. Mhm. Ich schaue nochmal grad kurz hier, ob ich irgendwo in so einen Zwischengang komme. Ne, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Jetzt bin ich ja wieder bei so einer, so einer Statue hier. Nein! Die Tante kommt. Hm. Ja, ich habe überlebt. Ich bin im Zwischengang. Ich kann hier die Folge beenden. Ja, oh, ich habe Stickys gefunden von dir. Ja. Pinke. Pinke. Ja, dann folgt dem Pinken, dann folgt dem Pinken irgendwie. Ja, die gehen in zwei Richtungen. Pinke in zwei Richtungen, das habe ich nicht gehört. Ja, also ich bin quasi in dem Zwischen, also in dem Safe Gang. Ja. Und einmal gehen die in Richtung, wo so Skelette von der Decke hängen, also von so einem Balken. Ja, geh mal da lang. Geh mal da lang. Geräte von der, von der. Hm. Oh ne, ich muss erst mal zurück, die Spinne kommt. Ja, die ist auch bei mir. Wir sind auch wohl jetzt in der Nähe. Hm. Wenn du einen Safe Place hast, dann können wir die Folge beenden. Ja, ja, dann machen wir das erst. Ja, Leute, dann soll es das für die Folge erstmal gewesen sein. Moin, Spinne. Boah. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau hier wieder. Schaut auf jeden Fall auch bei Marina vorbei. Der Kanal ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.